Der erste BMW 6er Gran Turismo vereint Geräumigkeit, Komfort, Funktionalität und Fahrdynamik in einem einzigartigen, modernen Design. Schon auf den ersten Blick erkennen Sie die kraftvolle und doch elegante Erscheinung. Von vorn fällt die dynamische Linienführung der Scheinwerfer auf, die nun direkt anschließen an den flachen, breiten Active Airstream Nierenkühlergrill. Dessen Schließfunktion trägt zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem niedrigeren Verbrauch bei. Die Silhouette mit der fließenden Dachlinie ist angelehnt an die Sportlichkeit und Eleganz eines BMW Coupés. Die seitlichen Flächen mit ihrem Spiel von Licht und Schatten verleihen dem Auto einen eleganten und dennoch muskulösen Auftritt. Der Air Breather ist nicht nur ein ästhetisches, sondern auch ein funktionales Design-Element. Er verbessert die Aerodynamik und sorgt so für geringere CO2-Emissionen. Die Heckansicht des ersten BMW 6er Gran Turismo setzt ein sportliches Statement. Horizontale Linien, scharfe Kanten und die BMW-typischen L-förmigen LED-Heckleuchten, die von den Außengläsern wie eine 3D-Skulptur umschlossen werden. Auch die Türen mit den rahmenlosen Scheiben unterstreichen den eleganten Charakter dieses Gran Turismo. Das Interieur des ersten BMW 6er Gran Turismo ist außergewöhnlich. Eine vollkommene Mischung aus sportlicher Fahrerorientierung und luxuriösem Komfort. Das Raumgefühl ist überaus großzügig, zudem überzeugt der Gran Turismo mit hochwertigen Materialien und einer Verarbeitungsqualität auf höchstem Niveau. Ideal für entspanntes Reisen. Der Gran Turismo ist außerdem mit dem iDrive der neuesten Generation ausgestattet. Sie können es manuell konfigurieren und über den Touchscreen, Ihre Stimme, Gesten und natürlich den iDrive-Controller steuern. BMW bietet Ihnen modernste Features für vernetztes Fahren und eines davon ist On-Street-Parking-Information. Dieser Dienst zeigt Ihnen in Echtzeit freie Parkplätze und kann in ausgewählten Großstädten die Parkplatzwahrscheinlichkeit vorausberechnen. Auch auf den Rücksitzen empfängt Sie der BMW 6er Gran Turismo mit erstklassigem Ambiente. Hier gibt es ebenfalls reichlich Platz. Die Sitze sind äußerst komfortabel und die Rückenlehne ist optional elektrisch verstellbar. Perfekt für längere Strecken. Perfekt, wenn Sie entspannen wollen. Das optional erhältliche Panoramaglasdach verleiht dem Innenraum ein noch großzügigeres Raumgefühl. Ein weiterer großer Pluspunkt des BMW 6er Gran Turismo ist sein Laderaum. Das Kofferraumvolumen beträgt zwischen 610 und 1800 Litern. Sehr praktisch ist auch das Ablagefach für die Laderaumabdeckung. Aber genug geredet, drehen wir mal eine Runde. Der optional erhältliche Executive Drive ist ein weiteres Highlight. Er kombiniert Luftfederung, dynamische Dämpferkontrolle und Wankstabilisierung und sorgt zusammen mit der Integralaktivlenkung für unerreichten Fahrkomfort und modernste Fahrwerkstechnologie. Bei höherer Geschwindigkeit senkt sich die Karosserie um 10 mm ab. Und der Spoiler fährt automatisch aus. Dies macht den Gran Turismo außergewöhnlich agil und verbessert den Anpressdruck und damit die Traktion. Für eine sichere und entspannte Fahrt kann der 6er Gran Turismo mit fortschrittlichsten Fahrerassistenzsystemen ausgestattet werden. Zum Beispiel den Driving Assistant Plus. Dessen Lenk- und Spurführungsassistent unterstützt den Fahrer in eintönigen Fahrsituationen, indem das Fahrzeug mittig in der Fahrspur gehalten wird. Der BMW 6er Gran Turismo ist serienmäßig mit LED-Licht ausgerüstet, aber Sie können optional auch adaptive LED-Scheinwerfer wählen. Diese beinhalten den blendfreien Fernlichtassistenten und sorgen durch das adaptive Kurvenlicht für bessere Sicht auf kurvigen Strecken, für eine deutlich sicherere Fahrt. Ein weiteres besonderes Feature ist der Lichtteppich. Das Auto erzeugt ein Begrüßungslicht, das den Weg zur Autotür erhält. Das richtige Licht im Innenraum macht nächtliche Fahrten noch angenehmer. Die optionale Ausstattung, ambientes Licht, erschafft eine einzigartige Atmosphäre. Der erste BMW 6er Gran Turismo ist ein Fahrzeug mit herausragendem Reisekomfort. Es vereint den Luxus einer Limousine mit der Vielseitigkeit eines Sports Activity Vehicles und der Eleganz eines Coupés. Mehr zum ersten BMW 6er Gran Turismo erfahren Sie auf bmw.de slash 6er Gran Turismo.